Dritter Adventssonntag. Vieles los in der Pfarrei Bruder Klaus in Bern. Zuerst am Samstagabend nach dem Gottesdienst um 18 Uhr laden wir alle Kinder ein zu einem Treffen, um Weihnachtsgeschichten zu hören. In einem schönen, dazu ausgeschmückten Raum werden die Kinder empfangen und hören ganz schöne, spannende Weihnachtsgeschichten. Und währenddessen trinken die Eltern im Weihnachtszelt Glühwein. Und am Sonntagmorgen ganz früh aufstehen, denn um 7 Uhr findet unser Rorate-Gottesdienst im Zelt statt. Mit vielen Kerzen wird sicher alles sehr schön. Also, willkommen in Bruder Klaus.